Jawohl, ich begrüße euch mal wieder zu einer wöchentlichen Ausgabe bzw. einem wöchentlichen Treffen bei unserem Windows Wohnzimmer Heute sieht man uns vielleicht nicht, weil wir uns mal ein bisschen eine Pause gönnen und uns mal ein bisschen zurücklehnen heute Nach der Sendung letzten Donnerstag haben wir das uns vielleicht auch verdient Da war ja einiges an Organisationsaufwand mit verbunden, hat aber alles super geklappt Sind wir echt sehr froh darüber, dass das echt so super über die Bühne ging, dass Martin da Zeit hatte Und es alles so toll geklappt hat und mit dem LTE und dem Stream alles wunderbar funktionierte Aber heute quatsche ich mal wieder ein bisschen mit Toms alleine, der Sascha ist heute nicht da Hi Toms, grüß dich Lassen wir es heute mal ganz ruhig angehen Es gibt ja auch nicht so viel Neues aus der Windows-Welt Alles wartet ja irgendwie auf das Anniversary-Update, was ja nächsten Dienstag kommt Zumindest für PCs schon mal komplett Ja und das kostenlose Update geht noch bis morgen Das heißt Ja, wer jetzt noch nicht geupdatet hat Ja, der sollte es jetzt mal bei den Downloaden Alles oder nichts Ja Meine Schwester hat auch gerade gestern noch geupdatet Und hier uns die ganze Leitung lahmgelegt mit dem Download von der fetten Version Von den ganzen Gigabytes an Windows-Dateien Aber da konnte ich leider nichts gegen sagen, weil das ja dann wirklich für einen guten Zweck war Deswegen habe ich das so hingenommen Ja, ich bin echt mal gespannt, wie viele jetzt in den letzten Tagen doch noch sagen Ja, dann nehme ich das Update doch noch mit Die jetzt bis zu diesem Zeitpunkt das aufgeschoben haben Und jetzt sagen, na komm, machen wir es noch schnell Bevor ich es dann teuer bezahlen muss Weil jetzt denke ich auch klar geworden sein sollte, dass Microsoft das wirklich ernst meint Naja, wir wissen ja, was von Microsoft und seinen verbindlichen Aussagen zu halten ist Ja, aber ich glaube, alle Experten gehen irgendwie nicht davon aus, dass es weiter kostenlos bleiben wird Vielleicht machen sie ja irgendwie nochmal so eine Aktion später irgendwann Dass sie es vielleicht auch für weniger Geld anbieten oder irgendwas Aber naja, mal sehen Ja Was gab es denn Neues diese Woche? Was gab es denn Neues? Nicht viel, Nils hat sich ein neues Handy gekauft Mal wieder Ja Hat es auch direkt fallen gelassen Genau, ich habe mir jetzt das 650 gekauft Das war ja beim Mediamarkt für 115 Euro im Angebot Und das sollte mal mein altes Zweit-Handy, mein altes Testgerät ablösen Das Blue Weil es halt auch noch eine Ecke schicker und schneller und weiß ich nicht Schönerer Screen und alles Hat ja ein Amulett, der auch wirklich sehr toll ist Ja, und dann habe ich das vom Mediamarkt abgeholt Hat auch noch einen 50-Euro-Gutschein Deswegen dachte ich mir, komm, was schenkst du, was guckst du dem geschenkten Maul noch ins Ja, dem geschenkten Gaul noch ins Maul 65 Euro im Endeffekt nimmst du das mit Das Blue ist schon irgendwie los Habe ich das geholt da Hat ein bisschen gedauert Und dann bin ich meiner Mutter Minigolf spielen gegangen Und habe es beim Einrichten dort, weil ich mal wieder nicht warten konnte Über LTE Dann irgendwo abgelegt Und dann beim Transport von der einen Ablegestelle zur nächsten Stelle Es ist dann schön auf den Boden geschmettert Aber es ist noch heil, also nicht so schlimm Nils, ich glaube, die Menschen aus dem Dr. Windows-Chat würden dich gerne sehen Die würden mich gerne sehen Ja, dann Musste mich mal anmachen, mein Bild Kannst du das machen? Ja Dann bist du jetzt aber ganz groß Ja, dann zeige ich so lange hier, was ich hier so zu zeigen habe 650 Also ich finde es ein wunderschönes Gerät Ihr habt es vielleicht alle schon tausendmal in den Händen gehalten Also hier sieht man nur ganz kleine Macken Bei dem silbernen Kameraring Sind so ein paar Ja, kleine Macken, weil es da drauf gefallen ist Und an den Seiten so ein paar ganz, ganz, ganz kleine Mikromacken Also es ist zum Glück nicht viel passiert Ich habe dann auch direkt gesagt Oh je Habe mich so in das Design verliebt, dass ich das dann doch lieber schützen will Erstmal eine kleine Folie drauf gemacht Ich habe eine 640er Folie von meinem Vater genommen Wo die Kamera leider Kameraausstand sogar an der anderen Seite ist Aber ich habe die zurechtgeschnitten drauf gemacht Hauptsache ein bisschen geschützt und dann noch ein Silikon Case bestellt Und das Ja Es ist ultra leicht und ultra dünn Ich bin echt beeindruckt, wie schön das in der Hand liegt Und es fühlt sich Also es fühlt sich echt wie ein Es hat echt sehr viel mit einem iPhone gemein Also ich finde es wirklich sehr schön Mit der Silikonhülle, die ist auch irgendwie so abgerundet Fühlt es sich echt so rund an wie ein iPhone Keine Ahnung Welches iPhone hast du denn in der Hand? Äh, ja iPhone 6, deins Meins hat so eine Hülle Deins hat, ne, keine Hülle Doch, klar Hast du eine Hülle drum gehabt? Ja Das ist sonst, das ist normalerweise viel dünner Ja, ja Ja, keine Ahnung Generell iPhone 6 Vom Kumpel hat auch eins Ja Ich war ja am Wochenende bei Tom's Deswegen haben wir ja auch aus dem Park gestreamt Und dann hat er mir auch noch ein Android-Tablet vermacht Das ist das gute Telekom-Pulse-Tablet, ne? Wieso ist dein Kamera-Zoom denn so krass? Ist er so krass? Ja Ist ziemlich nah dran Hat er das rumgefuscht? Ich glaube schon Hat er das rumgefuscht? Ja, ich kann ja mal schauen, ob ich das nicht so erinnern kann Auf jeden Fall das gute Telekom-Pulse-Tablet hast du mir vermacht Jetzt fragt man sich, warum brauche ich ein Android-Tablet? Na gut, das ist die gleiche Frage, die man jedem von uns stellen könnte Der sich irgendwie noch ein Android-Gerät mittlerweile zulegt Wo ist denn hier der Zoom? Kann ich denn nur den Zoom einstellen? Hey, war da mal Kamerasteuerung? Nils Ja? Super Kommentar vom Wolle Bitte? Du hast immer noch Haare wie ein Yeti im Schritt Na danke Neuer Showtitel? Ja Ne, wo ich, was ich sagen wollte Das Tablet brauche ich für mein neues Konto Toms hat mich von N26 überzeugt Die haben ja jetzt eine Banklizenz gekriegt Da hattest du dann am Wochenende eine Story drüber geschrieben Und dann mich gleich noch davon überzeugt Dass das eine coole Idee ist Ja, coole Idee ist Was kann man damit alles cooles machen, Toms? Erzählst du doch nochmal Ist so ein Echtzeitkonto, ne? Naja, in erster Linie kann man damit bezahlen, ne? Das glaub ich die wichtigste Eigenschaft Und ähm Ja, es ist halt ein Die haben eine tolle App Ja, die haben eine sehr tolle App Und zwar kriegst du bei jeder Zahlung halt Instant Push-Benachrichtigungen Und du kannst halt innerhalb der App die Karte sperren lassen Du kannst innerhalb der App die Karte für Auslandseinsatz sperren lassen Für Online sperren lassen Und auch wieder entsperren Und ähm Insgesamt äh Eigentlich schon eine schicke Erfahrung Und gleichzeitig ist halt das Design von der Karte Und allgemein äh Von der App auch Ziemlich genial Kleb was über deine Kartennummer, wenn du es zeigen willst Naja, ich zeig nur die Rückseite Und äh Na, würde ich auch sein lassen Ja Bist du schön durchsichtig, transparent Ja Und ähm Ja Was soll man denn da großartig zu sagen, ne? Ach ja, und es gibt noch eine coole Money Beam-Funktion Damit kann man Anderen Nutzern von Nama26 Quasi Geld zubeamen Das ist dann Instant bei denen auf dem Konto Das heißt, man muss nicht die Ein bis zwei Tage Überweisung Da warten, bis das Geld da ist Und man kann auch an Handynummern oder E-Mail-Adressen bieben Wenn der Nutzer dann keinen Nama26 hat Dann ähm Ja Kriegt er halt eine E-Mail oder halt die SMS Und einen Link Und muss dann da seine Bankdaten eingeben Und kriegt dann das Geld da drauf Äh, überwiesen Was eigentlich auch ganz nett ist Das heißt, man muss gar nicht mehr Jemand anderem noch seine IBAN und Weg geben Dass er Naja, du sagst einfach Schaffst dir an deine E-Mail-Adresse geblend Und ich gebe das ein Ja Genau Ja, das ist cool Das wusste ich noch nicht Das Ähm Hat mich, glaube ich, ein bisschen verwirrt Bei dem Money Beam Dass man da irgendeine Telefonnummer auch auswählen konnte Oder irgendeinen anderen Kontakt einfach so, ne? Ja, das Ja, E-Mail-Adresse, Handy-Nummer Naja, und ich brauchte dann halt irgendein Gerät Wo ich wenigstens dann die App aufkaufen Nils deinem Bild hängt Hängt? Ja Na, dann mach's erstmal wieder aus Ja So, jetzt haben wir wieder das schöne Windows-Zeichen Ja Heute muss auch mal ein bisschen Entspannung sein Ähm Ja, irgendwo brauchte ich dann ja auch die App drauf Und Huch Jetzt sagt er mir hier App ist nicht installiert Welche? Ja, N26 Werde ich eigentlich die ganze Zeit drauf? Ah doch, jetzt startet sie Komisch, in der Leiste unten Ja, das ist typisch Android Da wird sie mir irgendwie Da ist sie irgendwie tot, die App Das muss ich vielleicht nochmal neu anpinnen Ähm Ja Und ein bisschen rumgespielt habe ich natürlich auch mit dem Tablet Ich habe mal den Arrow Launcher von Microsoft installiert Der gefällt mir ganz gut Da habe ich mir jetzt einfach so eine So eine Startseite mit ganz vielen Widgets gemacht Hier so mit Outlook Mail Und äh MSN Wetter Und was weiß ich alles Und ja Habe ich mir ein bisschen eingerichtet Geht eigentlich ganz klar Und für die N26 App Ist das Ganz nett Weil das Die Krux ist ja Dass man auf Auf dem Windows Dass es nur eine Desktop-Seite gibt Und keine mobile Seite, ne Und auf dem Windows Phone Kriegt man die Desktop-Seite überhaupt nicht erreicht Weil sich der Edge ja als Chrome ausgibt Und äh Und dann sofort in den Play Store Weiterleitet Wo man die App runterladen soll Was natürlich dann auf dem Windows Phone nicht funktioniert Das ist ein bisschen schade Ja Das stimmt Ja gut Ähm Ich habe schon ein paar Mal angefragt Und andere Die Bekannte von uns auch Ähm Wann oder ob Überhaupt eine Windows App mal kommen wird Und im Moment sieht es leider Eher schlecht aus Auch bei den Stellenausschreibungen Suchen die eher Java-Entwickler Äh Und iOS-Entwickler Äh Ich bin gerade irgendwie zu doof Den Twitch-Chat zu öffnen Wo ist denn der eigentlich Ich dachte, der wäre ja mal rechts gewesen Der ist auch normalerweise rechts Theater-Modus Achso, ich habe Nee, das ist es nicht Kinomodus Ja, aber wahrscheinlich Weil mal Bildschirm zu klein ist Wird es recht Hä, nee, aber wenn ich Hä, wenn ich rauszoome Wird es aber auch nicht angezeigt Hm Also technische Probleme überall Naja Ich bin gerade nur zu doof irgendwie Keine Ahnung Hä, wie habe ich denn das sonst Achso, warte mal hier unten rechts Nee, das sind diese Flüsternachrichten Hm Naja Ja, Toms Wir haben ja jetzt so Semesterferien, ne Ja Beziehungsweise Semesterferien Wo man noch lernen muss Was Richtig geile Ferien sind Naja Gut Du hast ja erstmal Zeit, ne Ja, aber du musst ja trotzdem lernen Ja Ich fange ja nicht Zwei Tage Ich fange ja nicht erst Zwei Tage vorher an Als ob ich das gemacht hätte Ich habe auch früher Äh, nee, aber Ja Muss man alles ein bisschen Locker angehen lassen Äh, ich habe jetzt zum Glück Meine Prüfung Also Die ist für dieses Semester fertig Ich muss nur noch Meine Bachelorarbeit schreiben Da bin ich auch ganz gut vorangekommen Jetzt die letzten Tage Hatte ein gutes Buch Wo ich einfach richtig im Schreibfluss war Da habe ich einige Seiten voll getecht Sagt man ja Mit LaTeX Und Naja Ansonsten schiele ich natürlich auch hier ein bisschen zu Hause Und Muss auch mal sein Und Ja Was gab es noch Also es gibt irgendwie Jetzt ein sehr interessantes Notebook Ne Von Der chinesischen Firma Xiaomi Oder Xiaomi Oder keine Ahnung wie man die ausspricht Das heißt verdächtigerweise MiBook Air Als könnte es ein MacBook Air sein Sieht auch verdächtigerweise ähnlich aus Ja gut Es hat halt ein vollständiges Aluminiumgehäuse Ähm Gibt es entweder 12,5 oder 13,3 Zoll Ähm Ja Hat halt ganz gute Hardware für den Preis verbaut Und Ja der Preis hat mich echt überrascht Also Was war das für eine Ausstattung Für die 600 Dollar Variante Hm 8GB 8GB RAM 256 SSD Ne Ja Und Für die 600 Dollar Variante 680 Euro umgerechnet Ja Aus One Und Ähm Ähm Äh Ja gut Da sind aber noch keine Importgebühren Und alles drauf Also es geht Gegen die 750 Euro für die Große Und die Kleine halt 400 Ohne Importgebühren Und rein umgerechnet Ähm Ja die Preise gehen in Ordnung Für das was Äh Was geboten wird Ist das Äh Schon ziemlich stark Ja Ähm Ja für die 1000 Dollar Variante Da kriegt man ja auch eine fette Grafikeinheit Dazu Ne Naja Ist die nicht so krass Es ist eine Grafikeinheit Ist die nicht besser als die von dem Surface Book Hm Kann man schwer sagen Ich weiß nicht Es gibt ja keine Benchmarks von der Ja Jo Aber es sieht echt ganz nice aus Die hauen ja echt ganz coole Hardware so auf den Markt Ähm Ich bin mal gespannt Ob sie es hierzulande auch einführen Hm Haben die überhaupt schon irgendwas hier? Xiaomi Auf dem europäischen Markt? Ich glaube das meiste was du kriegst Ist halt immer ein Importeur Hm Also hier ist eher Huawei ist hier ziemlich groß Was China Marke Genau Ja Und ZTE Ja stimmt die kriegt man auch Ähm So Hier Maps hat ein ganz großes Update gekriegt Ja Für iOS oder was? Für iOS und Android Mit einem neuen Namen Mit neuen Features Na toll Ja Heißt jetzt Here We Go Äh Und ähm Wenn du eine Route suchst Echt? Ja Wenn du eine Route suchst Dann ähm Zeigt er dir alle Routen Also alle möglichen Routen untereinander an Also zu Fuß Mit dem Auto Mit dem Nahverkehr Mit Carsharing Mit Zug Also alles Quasi Was ja auch ziemlich Ziemlich cool ist Und ähm Der Leiter von Also irgendein hochrangiger Mercedes Manager Ist jetzt bei Here We Go Für äh Die Routen Für die Kartenerstellung Zuständig Und zwar äh Here Maps wird ja jetzt Bei Deutsch Ab Weiß nicht ab wann Bei deutschen Autos Als Kartenlieferant Genutzt Oder wird schon länger benutzt Und die Autos erweitern die Karten Selbstständig Das heißt ähm Wenn die zum Beispiel Ähm Verkehrsschild scannen Was da gerade steht Und äh Normalerweise geht das über GPS Daten Und die scannen ein Verkehrsschild Und die sitzen noch nicht in den Here Maps Daten drin Dann wird das vom Auto Da hinzugefügt Und so So Späße halt Mhm Also dass die Autos quasi Selbstständig die Karten erweitern Und davon profitieren dann alle Okay Krass Ja Also das ist eigentlich ganz nett Ja Gibt ja viele solche Ideen So auch mit Blitzer Äh Melde Plattformen Und sowas Ja das ist jetzt Ein illegales Beispiel Aber wo sich so Autofahrer Oder wo sie Stau melden Gegenseitig Wo sie sich so Gegenseitig Das gibt es ja schon Das braucht BMWs Autos Kommt es hier untereinander Aber ne solche Sachen Sind solche Sachen Ja echt ganz cool Ja In die Richtung geht das so Hm Habe ich noch gar nichts Vermittgericht von diesem Here Update Kam das gerade erst rein Oder was Gestern glaube ich Gestern ist das NDA gefallen Ja Ist NDA gefallen Hm Ja Leider nur für Iris Ja Ja Auf Windows Müssen wir uns da irgendwie Von verabschieden Von hier Da springt die Karten App In die Presche Die gute Qualitativ Wertige Karten App Also schlecht ist sie nicht Aber kein Vergleich zu hier Ja Weiß ich nicht Also von der Usability her Fand ich hier am Ende Auf Windows Phone auch nicht mehr Wirklich toll Ja Ja Die ganze Technik Die darunter steckt Ist sicherlich nicht Nicht schlecht Aber ich bin mit der Jetzigen Karten App Eigentlich auch super zufrieden Unter Windows Hast du denn das mal Hast du denn die Karten App In der letzten Zeit mal Ausprobiert Weil die hatte ja dann Irgendwann Ein großes Update gekriegt Mit dem Hellen Design Aber ich bin immer noch Also ich finde hier Immer noch besser Hm Ja Weiß nicht Ich hab dann Ich bin irgendwann Auch als es hier noch gab Eigentlich Immer öfter auf die Karten App Dann gewechselt Ich fand die irgendwie Ja War irgendwie performanter Und Fühlte sich irgendwie Nativer an Halt natürlich Gefiel mir auch ein bisschen Verbindung vor Mit zwei Zügen Mit zwei Zügen Dann über Hannover So zickzack Mehr oder weniger Dann Und Ja War ein bisschen merkwürdig Ich glaube da Muss an dem Datensatz Noch ein bisschen gefeilt werden In der Karten App Ja In der Bundeskarten App Was genau meinst du da Wahrscheinlich Wahrscheinlich Nahverkehr Hochwasser Was ist denn gerade los Gerade abgehackt Irgendwie Leg mir jetzt die Karten App Zu viel Daten Kann das sein Weiß ich nicht Also du meinst Wenn ich jetzt eine Wegbeschreibung mache Irgendwie von A nach B Ja Oder was Ja Und dann Sag ich möchte da mit Verkehrsmitteln hin Also mit Öffis Mit dem Bus Also öffentlicher Verkehr Kann man ja auswählen Als Verkehrsmittel Naja bei mir findet er keiner Bei mir findet er keiner Das Kommt auf die Strecke an Denk ich mal Bei mir Ja stimmt Aber ne Bei mir hat er jetzt Am AC Hat er jetzt auch gerade nicht Und ich glaube ich wollte gerade von Braunschweig von A nach B Bin jetzt auch nichts gefunden Aber am Handy hatte ich das schon ein paar Mal genutzt Da ging das eigentlich Ich mach mal die Karten App Ich glaube die zieht irgendwie ein bisschen viele Karten da Ja Dein Dein Du wirst abgehackt Also bei mir findet er weder Busverbindung noch Straßenbahnverbindung Am PC habe ich das noch nicht oft benutzt Also am Handy hatte ich da eigentlich schon öfter mal Ergebnisse Dass er da was gefunden hat Weiß nicht Eigentlich sollte es gehen glaube ich Was sonst so Neues passiert Ja hier deine Pokémons kannst du jetzt besser finden Aber in OneDrive Ja ich kann in OneDrive nach einem bestimmten Pokémon suchen Und der filtert mir dann genau das raus Also der kennt dann auf den Bildern des Pokémon Und zeigt mir dann die Bilder davon an Gibt es ja diesen fürchterlichen Hype um Pokémon Go Und ich weiß nicht Ist das jetzt irgendwie so ein Trend geworden Dass man jetzt ganz viele Screenshots da hochlädt Oder warum sollte man so viele Pokémon Bilder bei OneDrive speichern Ja gut wenn man ein seltenes Pokémon findet Mach man ein Screenshot und schickt das seinen Freunden Und dann landen die Dinge bei OneDrive Und dann kann man halt nach den Pokémon suchen Ist halt ein nettes Gimmick so von Microsoft Das jetzt mal so Wo das so ein Trend ist Funktionen einzubauen Wo man halt dann direkt Versprachbefehl mit Cortana nach Irgendwelchen Pokémons In OneDrive suchen kann Die kann ja das Die OneDrive App kann das ja Generell so über Sprachbefehl Irgendwelche Bilder mit Dem und dem Motiv oder Begriff suchen Aber halt Pokémon sind ja dann doch etwas spitze Ne der kann nach Namen suchen Bei Pokémon kann er nach dem Motiv suchen Aber Katzen hat der Katzen gegen dich vorhin? Nein gegen dich Achso Da hat nur was gefunden was dann das Wort Katze Entweder also z.B. bei der PDF in der PDF drin hat Oder halt im Namen Im Dateinamen Er kann nach Namen suchen also Dateinamen oder was? Ja So Er konnte Gab sich auch irgendwie meine Funktion Suche Bilder von dem und dem Also wenn irgendwie die Person bekannt war Wenn die markiert wurde ja Ja genau wenn man Ja wenn man Markiert hat Muss man alles händisch machen Oder gibt es auch ne Ne automatisch hat Aber OneDrive auch so ne Ja du musst halt initial Ja genau du musst halt ein paar mal Auf ein paar Bildern jemand markieren Dann wird Stimmt da gibt es ja jetzt auch neue Fotofeatures Bei OneDrive ne Ja diese automatischen Galerien die da macht Ja stimmt da wurden mir jetzt letztens auch einige Alben Erstellt bei OneDrive Hab mich schon gewundert Aber ich glaube das war in den Insider Previews schon ein bisschen länger drin Kann das sein? Ich weiß nicht Meine OneDrive hat das vor ein paar Tagen gemacht Wobei ich bin Ich halte von sowas nicht für Von so automatisch erstellten Bilder Alben Ich meine wer guckt sich das denn nochmal an Extra jetzt das Album durch Die Bilder klar aber warum Also ich sehe den großen Nutzen da jetzt nicht so Ja Der Guckt gerade mal Im Titel von Dr. Witt aus Dein Macbook Dein Surface ist wieder am Pusten Ja Das war wahrscheinlich gerade die Karten App Die da Ne was zieht denn hier so viel Mit CPU Last Ne jetzt ist eigentlich gerade wieder alles im Bereich Der hatte gerade ein bisschen Musste gerade ein bisschen arbeiten wahrscheinlich bei der Karten App Eieiei Ich wollte gerade noch schauen Was sind bei den hier Die Neuerungen im OneDrive für Fotos Hat der Martin ein Artikel drüber geschrieben Das ist der organisierte Timeline Also man hat das jetzt so nach Daten Im Web Layout Unterteilt Dass es ein bisschen übersichtlicher ist Welche Bilder wirklich von wann waren Dann halt das mit dem automatischen Alben Was du gezählt hattest Genau Und Markierungen Die automatischen Markierungen von Fotos sind nicht neu Aber sie sind mit dem Update deutlich besser geworden Und euch markiert jetzt auch Bilder automatisch mit Stichworten Wie Essen, Gebäude, Tiere oder Feuerwerk Also vielleicht geht das jetzt Ja Doch schon so ansatzweise Mit Suche Bilder mit Feuerwerken Oder Suche Bilder mit Tieren Oder so Zumindest kann man sich die vielleicht irgendwie In der Web Oberfläche filtern lassen Hey Cortana OneDrive suche Bilder mit Tieren Wieso hat denn jetzt nichts da vorgesetzt OneDrive suche Bilder mit Tieren Ich suche auf OneDrive nach Bilder mit Tieren Ich suche nach Bilder mit Tieren Naja aber Cortana Cortanas Stimme Auch wenn sie manchmal ein bisschen Nein, nichts gefunden Ich habe nichts gefunden Cortanas Stimme Auch wenn sie manchmal ein bisschen lustig klingt Ist ja immer noch deutlich besser Als die Stimme von meiner Bluetooth-Box Ne, Toms? Oh Gott, ja Geht ja am Wochenende bei dir mit Die sagt dann immer Wie war das? Verbunden mit Windows 1 No Mobile Preview Oder mit Surface Mein Surface heißt halt Surface S-U-R-F-A-C-E Und dann sagt sie halt wirklich Jetzt verbunden mit S-U-R-F-A-C-E So ein Schwachsinn Und dann auch immer diese Stimme Vielleicht hätte ich sie einfach auf Englisch lassen sollen Das könnte man am Anfang einstellen Ich glaube da war die Stimme etwas natürlicher Aber ansonsten ist die Box ganz cool Das ist so eine Bose Soundlink Mini 2 Die habe ich mir Ich hatte ja so einen fetten Gutschein Bei meinem neuen Mobilfunkvertrag dabei Datensim 3 GB Die Mobicom DbT Habe ich mir die mal von gegönnt Und die restlichen 50 Euro Von dem Gutschein habe ich jetzt für 6,50 Rausgeschmissen Ja Ja am Wochenende Hat mir Toms dann auch gezeigt Wie man kontaktlos mit der Kreditkarte bezahlt Und so war es alles Ja Ich wusste vorher echt noch nicht Dass das überhaupt geht Also zumindest Ja weißt du nicht Magie Hab da nie drüber nachgedacht So ne Geht aber schneller Ja Aber ich glaube Also meine letzte Kreditkarte Ich habe jetzt letztens eine neue Frucht Und jetzt halt auch noch die andere N26 und sowas Aber Die konnte das auch noch nicht Also Das geht erst seit Dem ich jetzt die neuen Karten habe Ja geht echt schneller Und Nicht immer PIN eingeben müssen Wenn man sie mal vergessen hat Ne Ja Ja das war echt so ne Sache Naja jetzt kann ich sie mittlerweile aber wirklich Wie ist sie denn? Ja das werde ich dir jetzt verraten Ja da ist das Argument jetzt eigentlich hinfällig Mit von wegen Karte bezahlen dauert immer viel länger Weil also Kontaktlos Geht es wirklich schneller als mit Bargeld Wenn man erst noch das Bargeld Abzählen muss Weil also zumindest die Kassiererin Dann noch Das Die kleinen Centstücke Zusammensuchen muss Warum sage ich eigentlich Kassiererin? Das könnte doch auch ein Kassierer sein Ja Sexist Immer diese vorgeprägten Bilder Mensch Das hat einfach nur Sexist Ja Schlimm Schlimm Ja ich hab's ja noch bemerkt Ich hab mich ja Richtig gestellt Dass das eigentlich nicht in Ordnung ist Schäm dich Ja Tut mir leid Ja Thomas Warum wolltest du am Wochenende Kein Minigolf spielen? Gegen Minuta Habe ich jetzt letztens Ganz gut gewonnen Ja Ja Zehn Punkte 55 Zu 65 Lief ganz gut Ja Und mein Handy hat sich währenddessen Mein 650 hat sich währenddessen eingerichtet Backup runtergeladen Und so Dann aber gesehen Hast du es nicht frisch neu installiert? Ja Im Endeffekt dann Ne Nicht komplett frisch Warum nicht? Ich wollte dann halt auch die Apps und so weiter Die ich auf dem anderen Handy habe Drauf haben Und dann hab ich das Backup gemacht Aber ich hab gesehen Dass das keine gute Idee ist Da gab's ja so eine Sache Das Redstone Backup Darauf einzuspielen Weil da haben sie jetzt ja irgendwie Die Das Dateiformat geändert Oder irgendwas Oder die Die Größe der Dateien Ähm Um das Startlayout zu sichern Deswegen hatte ich dann nach der Äh Wiederherstellung Kein Startbildschirm Also Da waren halt keine Kacheln angepinnt Weil er das nicht übernommen hatte So weißt du Und äh Deswegen hab ich's dann Nochmal Äh Mit dem alten Ähm Threshold 2 Ne gar nicht Ich hab's dann erstmal abgegradet Auf Auf Redstone Jetzt Auf die neuste Preview Im Fastring Und dann nochmal zurückgesetzt Und dann das Äh Redstone Backup eingespielt Und dann lief das alles Die haben ja irgendwie die Dateien Ähm Die Dateigröße da verringert So dass die Backups Jetzt nicht mehr so groß sind Gerade was äh Startscreen Layout Und sowas Obwohl das kann ja eigentlich Nicht viel an Daten sein Aber irgendwie haben sie da was komprimiert Und deswegen ist das jetzt nicht mehr So richtig Abwärtskompatibel Mit den Backups Tja so läuft das Aber Ein neues Gerät Sollte man eigentlich nie Mit nem Backup einspielen Da holt man sich auch Alte Fehler zurück Aufs Gerät Ach bisher läuft super eigentlich Ich find die Windows Phone Backups Die waren eigentlich immer Sehr sauber so Du bist ja auch ein bisschen Bekloppt was angeht Du hast ja nur Nur Handys auf der Preview Ja ich hab ja Jetzt immer Ich hab ja eigentlich nur zwei Also was heißt hier nur Du hast ja immer noch Ja noch Aber das liegt schon in der Schachtel Ist zurückgesetzt Und wartet auf den Käufer Also falls noch irgendwer Ein Testgerät braucht Windows 10 Mobile Oder so Für 50 Euro Würde ich's Verkaufen Ist auch bei Ebay Kleinerzeichen drin Findet ihr bestimmt Äh Gelbes Blue WinHD LTE Dual SIM Naja ich werd schon irgendwie Loskriegen Nur Nicht an so eine Unverschämte Anfrage Wie von heute Der dann mit mir noch Tausendmal Diskutieren wollte Sicher gehen Dass ich das nicht geklaut hätte Und dann nie verkaufen wollte Und dann Aber lieber nochmal Austesten wollte Und dann mir vielleicht Doch wieder zurückgeben würde Wenn es ihm nicht gefällt Und so Oder dann nicht Nachdem wir gesagt haben 50 Euro ist schon Das aller aller Krasseste Minimum hier Was ich an Geld Dafür verlangen Muss Dann noch Zu versuchen Auf 30 oder 40 Euro Runter zu handeln Eieiei Es gibt schon manche Leute Einer hat ja jetzt Letztens für den TV Also meinen alten Fernseher Samsung Den ich mal für 270 Vor einem Jahr gekauft hab Den wir jetzt für 180 Bei Ebay Reingesetzt hatten Und für 175 Jetzt verkauft hatten Hat einer doch frecherweise 50 Euro Vorgeschlagen Also da gibt's echt Da gibt's so viele freche Anfragen Das ist echt Strange Ja Auf Ebay Kleiner zeigen halt Da versuchen Leute Echt ganz schön Ganz schön Dreist Schnäppchen zu schießen Naja Ja gut Ansonsten ist ja nicht viel passiert Nicht ganz so viel Ne Obwohl ja eine ganze Woche Verstrichen ist Naja ich glaub Die nächste Zeit Sollte wieder ein bisschen mehr Sommerloch Weiß ich nicht ne Es kommt ja Anniversary Aber Eigentlich wissen wir ja schon Alles darüber Ne Ist ja jetzt nur für die Leute Die so Die so gut ausharren können Und Nicht auf die Preview gehen Und sich ganz offiziell Dann das Update Irgendwann Holen Beziehungsweise Herunterladen Werden Also wird dann irgendwann Installiert werden Für die Und dann Werden sie ein bisschen Damit rumspielen können Aber Hm I don't know Ob es dann Ob es dann noch viel News gibt Deswegen Wage ich vielleicht Zu bezweifeln Naja deswegen Haben wir ja gesagt Toms Weil du Nächste Woche Damenbesuch hast Nächste Woche Dann keine Sendung Zu machen Dafür dann Übernächste Woche Wieder zum regulären Dienstag Zurückzukehren Obwohl ja eigentlich So 50-50 Bei der Umfrage So War zwischen Dienstag Und Donnerstag Naja heute haben wir Donnerstag gemacht Letzte Woche haben wir Donnerstag gemacht Wir werden mal Wir werden mal Je nach Bedarf Wie es passt Vielleicht switchen Dienstag Donnerstag Dass für jeden mal Ein Termin dabei ist Zum Live schauen Ansonsten könnt ihr ja auch immer Nachträglich alles anschauen Und äh Ja nächsten Nächsten Nächste Woche nicht Und dann aber Die Woche danach Wieder den Dienstag Das ist der Neunte ne Müsste Also das ist Kann man sich ganz gut merken Weil der Weil der zweite Wo das Anniversary Update Kommt Auch ein Dienstag ist Und genau eine Woche später Bin ich dann auf der Gamescom Genau Von Ja 15. bis 19. 16. bis 19. Wann ist es Dienstag Bis Freitag oder? Hab ich auch gesagt Achso Ah ok Sagte Montag bis Freitag Ja Äh Wie war das? Kommt da Martin jetzt auch hin? Zur Gamescom? Ja hat er doch gesagt Ja hat er gesagt? Ich hatte es nicht mehr in Erinnerung Ob er jetzt wirklich Dabei war Oder ob er Nur geplant hatte Und es noch nicht wusste Ich glaube schon Na dann Seht ihr euch ja direkt wieder Ich werde ihn dann wohl erst wieder Beim Dr. Windows Community Day treffen Also Wer von euch ist da eigentlich dabei? Würde mich mal interessieren Ich bin auch auf jeden Fall dabei Dann der Olli Der auch schon ein paar Mal bei uns hier dabei war Würde dabei sein Manuel Zusammen Mit mir dann von Project AppGap Wo wir gerade so ein bisschen hinter die Kulissen Wieder am umstrukturieren Und planen sind für die nächste große Welle Sag ich mal Wenn wir mal wieder ein bisschen Äh Ein bisschen das Ganze vorantreiben können Also da gibt es auch Neuigkeiten demnächst Wir sind da dran Da wieder Dem Projekt Leben einzuhauchen Also Stay tuned Und Könnt ihr so lange Weiterhin fleißig Entwickler anschreiben Und bald geht es dann wieder flotter voran Bald sind wir auch wieder ganz Äh Für euch da Was das angeht Und dann Ja Da kommt einiges Ja Gut Ja Ja wenn es heute nicht so viel gibt Dann Ist es ja auch nicht so schlimm Wenn wir heute nicht ganz so lange machen Würde ich auch sagen Ne Können es ja langsam ausklingen lassen Wir wollten es ja hier ganz ruhig Angehen lassen Also Mich würde noch interessieren Wer von den Leuten Die gerade uns zuschauen Oder im Chat mit uns dabei sind Äh Auch beim Ich glaube die sind alle hier Im Dr. Windows Talk Die kommen noch Versuchen doch auch bestimmt alle zu kommen Zum Dr. Windows Community Day Das wird ja auf jeden Fall eine spannende Sache Ja ja Mal so die ganzen Leute Real life zu treffen Spielst du dein Hotel Und deiner Freundin Spielst du dann mit deiner Freundin ein Hotel Nee Nee wir spielen kein Hotel Äh Der Manuel und der Olli Die haben sich jetzt auch Ein eigenes Zimmer In einem Hotel 400 Meter Von Von der Microsoft Äh Location Geholt Also Nee wir machen dann Wir sind dann Allein in unserer Gemütlichen Zwei Zimmer Wohnung Immerhin wohne ich dann da Das ist schon ganz praktisch Wann ist der Umzug Ja der Umzug ist Ende September Also Wir machen das Äh An zwei Tagen ziehen wir das durch Weil wir auch einen Transporter mieten müssen Und so Und das kostet ja alles Geld Deswegen machen wir das dann recht spät So ich glaube am 28. 29. Äh September Kurz bevor das Semester anfängt Ja das Semester beginnt am 16. Also genau den Montag Nee den 17. Genau den Montag nach dem Dr. Windows Wochenende Genau aber das Am 14. 15. 16. Bin ich auf jeden Ja 16. Da ist ja gar nichts mehr Es ist ja nur am 14. Das Vorglühen Und am 15. Die Hauptveranstaltung Von morgens bis abends Und dann Abend Programm Also der Wolle scheint hinzugehen Ja Wollte ich auch gerade sagen Der Hat sich schon Gemeldet Ja das hätte mich auch stark verwundert Wenn er nicht dabei gewesen wäre So der Aktivste Das aktivste Mitglied hier im Chat Der auch immer dann schon um 5 Uhr morgens Oder so Die ersten Nachrichten Rausschießt Und das Ganze hier in Schwung bringt Ich bin ja manchmal auch so früh wach Naja Aber heute muss ich mal ein bisschen Ein bisschen Aus schlafen Energie tanken Energie tanken Ja Morgen sehe ich dann auch meine Freundin Nenne ich mal wieder Apropos Freundin Wenn deine Freundin nächste Woche auch zu Besuch kommt Haben wir jetzt auch erstmal ein bisschen Zeit wieder füreinander Und Genau Dann Bin ich morgen Abend wahrscheinlich noch in Hannover Mit dem Kumpel da Seinen 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 Kompletten Studienabschluss Und Einstieg ins Komplette Arbeitsleben beim Zoll Feiern Dann ist er Finanzwirt Wird er verbeamtet Ja Ja Dann ist er echt schon soweit Mit noch nicht mal 21 Jahren Aber bald ist er auch 22 Äh mit noch nicht mal 22 Jahren Bald ist er 22 Und Ja Dann feiern wir mal mit ihm ein bisschen Auf dem Maschsee fest oder so Seine hoffentlich bestandene Ja die wird ja schon bestehen Die Abschlussprüfung Bachelor oder was Ah ne Ausbildung Das ist dann Das nennt sich dann Laufbahnprüfung Ah Er hatte jetzt im Vorfeld Eine Reihe von Klausuren und so Die er bestehen musste Um auf die Um für die zugelassen zu werden Und jetzt hat er die dann Am morgigen Freitag Dann Dann wird es sich entscheiden Ob er nochmal die Schulbank drücken darf Ja Nein Das wird er schon schaffen Ja Und dann muss ein bisschen gefeiert werden Und dann muss ich auch ein bisschen fit sein Und Ne Deswegen heute nicht so lange Dann lade ich auch die Aufzeichnung morgen hoch Ja Gut Der Wolle scheint ja noch Ein bisschen dabei zu sein Ton ist wieder weg Sagt er Ja Dann Dann sind wir jetzt mal auch weg Ja Ne Dann Machen wir es uns jetzt Ja Noch ein wenig gemütlicher Als es ohnehin schon ist Glaube ich Dann Würde ich mich verabschieden Für heute Und dann sehen wir uns In Ja Anderthalb Wochen So ungefähr wieder Ja Dann hoffentlich wieder mit Sascha Und Ein paar Gästen Und wieder mit Bild Und hoffentlich hat Toms Dann meine Webcam Vielleicht Wird auch nicht Vielleicht auch nicht Sonst Sonst Pro Pro Improvisieren Da Provisieren wir da mal Wirklich ein bisschen Wie wir es heute gedacht haben Mit Project My Screen Ja genau Das muss doch Das muss man mal ausprobiert haben Einfach so Just for fun Na ja gut Von meiner Seite aus Dann Tschö Danke fürs Zuhören Und Jo Ja macht's gut Haut rein Und Jo Ciao Bis in eineinhalb Wochen Ja Macht's gut Ciao